Wir sind auf Traumprogrammente 3 zu 3, zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Die beiden Coaches stehen zur Pressekonferenz bereit. Ludwig ist so bei der Hälfte. Nochmal herzlich willkommen und natürlich ganz genau herzlich willkommen. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir gleich rein in die emotionale Partie und hören uns an, Ludwig, hier vorzusprechen. Ja, ich war ein bisschen sehr spannend, 15 Minuten, und so war ich, in der ersten Halbzeit waren wir auch noch ein bisschen Pressekonferenz gelogen, was die Verteidigung betrifft, aber wir haben ja ein bisschen viel Platz gelassen und wir kommen natürlich auch aus jeder Situation, wenn man am Ansicht Verteidiger auf die Leben holt, ich glaube, man war nur drei Möglichkeiten, das war der erste Halbzeit-Tacke, aber das ist noch nicht wahr, wir haben ja der nächste Präsent war, wir haben auch sehr geklangen, da durchzukommen, ja, da war das gut gemacht, wir haben da hingestanden und es war viel für uns, ja, mit 3-0 in der Halbzeit zu gehen, das ist nicht einfach, aber hätte der Mannschaft gesagt, ja, es wird um hier noch einen Punkt zu holen, wenn man es hier nennen als Weimau und, ja, der Resenamt, die wir haben das dann meist mal in der Halbzeit gemacht, haben, ja, das Spiel in der Rhein-Karne und dann in der Zwischenruf gesorgt haben und, ja, bis der 80. ist noch 3-0 nicht so ein Dresden zu spielen, also deswegen ist mir wirklich eine Probe für die Erre, die Zwischenruf gesorgt. Vielen Dank und Applaus für Herrn Luginger, er hat natürlich jetzt den einfachen Part gehabt, den Spiel, das gedreht wurde, warte, hier sind die Biele ein bisschen düsterer sagt, ein Wort zu spielen. Ja, erst mal, äh, das machen wir die Stadtausstellung einmal geändert, wir sehen, da ist, äh, es ankommt, ist dann der Paul, okay, wir sind da ein guter Mann, wo wir dann den Platzverwanderer von der Nüsten und von der Rhein, äh, dann haben wir auch mit Ikewey, das war dann das hier, die Stadtausstellung, ja, da haben wir, wie man das, äh, ja, heute zum Stadtaus, äh, nicht so, äh, durchgezogen, wie man das vielleicht hätte, äh, in der Konflikation machen können, ähm, äh, Spielweichbuch, in letzter Zeit, aus der Führung 3.0, waren, äh, waren sehr, sehr effektiv und, äh, die Führung haben auch gut verteilt, aus dem, äh, äh, das, äh, war das, äh, die Führung gut. Zwei, drei Führung, ja, wenn du die Beine gehörst, dann den Zweifinger auch gewinnen, wahrscheinlich sind die Nazis, die noch, äh, die Beine gewünscht, von der Führung zusammen in die Niederlage, aber, ich glaube, wir haben einfach zu wenig, äh, investiert bei der Zeit, auch, ja, zu wenig, wenn das wieder auf eine Führung kommt, wo man hier mal die Beispiele ausgehen, dann, 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 dann macht es wieder, ob er nicht die Finger regt, ja, so, nach Homburg, man gemerkt, weil er hat sich dann einen Glauben hier noch dazu gelegt, äh, ja, wir müssen akzeptieren, äh, die Positives, das war weiterhin so ungegangen, hier noch in dieser Saison, und, äh, das können wir schon wieder auf die Führung bringen. Ja, vielen Dank, Dier, und der Max, der Applaus natürlich auch für mein Statement, und dann, ja, wünschen wir auch natürlich für die Runde alles Gute, Herr Lüger kommt gut nach Hause, und Max, wir sehen uns dann jeden Tag, wir sehen uns dann jeden Tag, wir sehen uns wieder interessant, also, tschau. good morning! You you you